Was geht's Jungs, kurzes Realtalk Video mal hier. Wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt, bin ich in letzter Zeit etwas inaktiv. Das liegt daran, dass ich von außen sehr viel Stress gerade habe, einfach die ganze Zeit durchgängig. Ist aber jetzt auch egal, das beruhigt sich jetzt wieder mit der ganzen Zeit jetzt. Und Unger hat heute ein Video hochgeladen, in dem er gesagt hat, dass er schon lange überlegt hat, zu Twitch zu wechseln, wenn es um Livestreams geht. Ich hatte seit Sommer auch eine Idee, mit der ich die ganze Zeit hier im Kopf hin- und hergerungen habe, ob das eine gute Idee ist. Und zwar die ganzen Livestreams, also die ganzen Livestream-Highlights und so, kommen jetzt auf einem eigenen Kanal und zwar hier den Rage2Fame-Kanal. Den habe ich jetzt gleich unten wieder in der Beschreibung verlinkt. Könnt ihr auf jeden Fall abchecken, also immer wenn ich jetzt live bin, kommen jetzt hier die Highlights statt auf meinem Main-Kanal auch. Weil ich habe entschieden, auf meinem Main-Kanal sollen jetzt nur noch aufwärtige Scheiße kommen, sozusagen. Nur noch aufwärtige wahrscheinlich, hochwertige Videos kommen. Darauf habe ich auf jeden Fall Bock. Ihr könnt mich zurückerwarten. Gegen Weihnachten, einen Tag nach Weihnachten werde ich wahrscheinlich streamen und Videos aufnehmen. Das werde ich schon ein bisschen davor machen. Aber ja, da könnte ich mich zurückerwarten. Ich werde jetzt ein bisschen meinen Content umstrukturieren auf meinem Main-Kanal. Es werden jetzt mehr Meme-Content-technische Sachen kommen. Nicht also, dass ich jetzt irgendwo hier hinter meiner Literatur setze und schnell so Memes zusammenschneide, sondern ich mache meinen eigenen Funny-Content, den ich dann nicht so zu Meme-Highlights zusammenschneide, sondern einfach wie bei meinen alten Videos. Damals geht es ja noch vor einem Jahr oder so. Zum Beispiel hier Season 5 bis SARS jede Runde gewinnen. Aber halt das nicht nur in Fortnite, wahrscheinlich fast nicht in Fortnite, sondern auch bei anderen Games und auch im Real-Life, bei Food-Reviews. Einfach komplett funny-Stuff einfach. Ich habe so Bock. Das wird durchgezogen auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, Stream-Highlights kommen jetzt hier auf meinem Rage-to-Fame-Kanal. Weil ich habe ja jetzt entschieden, dass mein Kanal in letzter Zeit ein bisschen durch die Scheiße geritten ist, was das alles angeht. Und ich weiß nicht, wie ich darüber fühlen soll. Deswegen habe ich mich jetzt entschieden, Rage-to-Fame wird es für Stream-Alts durchgestartet. Rage-to-Game wird nur noch für hochwertige Sachen verwendet. Was jetzt nicht selten sein wird. Es dauert wahrscheinlich pro Video zwei Wochen. Ich werde wahrscheinlich aber ein Video pro Monat das bringen, weil ich von außen, wie gesagt, sehr viel Stress habe. Ihr wisst, ihr kennt es. Ich bin auch Schüler, dies, das. Aber ja, das soll es jetzt im Großen und Ganzen Gewissen sein. Kurze Anzeige mal hier gedroppt. Ja, das war's. Tschüss.